Ja, das ist komisch, das bei dir, weil das Intro habe ich ja bis zu mir gehört, das war bei Doi, auf Deutsch, bei dir. So bist du schon wieder ein ganzes Stück weiter wie ich. Ja, ich bin vorklaufen. Ich habe Lebensenergie am Boden gesehen und wollte es snacken und dann kam das Intro. Das sind auch jede Menge Kisten. Ja, das tut nichts zur Sache. Die laufen ja nicht weg. Da, wer schießt da auf mich? Achso. Ich würde interessieren, ob er deine Katze dann auch hört im Video. Ich höre deine Katze, die mich schnurren. Ja, die hockt aber immer, die liegt immer Richtung Mikro. Also Richtung Konsolen-Mikro. Au, au, au. Ich höre sie zum Beispiel im Moment nicht. Gut. Liegt vielleicht daran, dass ich Kopfhörer auf habe. Also auf die Weite sind wir noch beide, glaube ich, nicht so gut. Nee, gar nicht. Wir müssen skillen. Ich schaue gerade mal, bin ich ruhiger? Nee, ich bin auch nicht ruhiger, wenn ich knie. Okay, ich dachte vielleicht, im Knien ist man ruhiger. Ja, dann laufen wir halt ein Stückchen vor. Habe ich eigentlich... Ah, cool, man hat auch einen Nahkampfknopf, sehe ich gerade. Ah, ho, ho. Mit meinem Glück bin ich wieder gleich tot. Ja, und wenn die Erde so bebt, ist das auch nicht hilfreich, ne? Nee. Damit treffe ich den jetzt, oder wo schieße ich überhaupt hin? Ah. Na. Okay, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schlimm. Problematisch. Lebensenergie wäre nicht schlecht, bitte. Dankeschön. Zum Glück findet man viele Sachen, ne? Also... Ah, von da hinten kommen viele. Wow, wow, wow. Ja, das finden es... Ja, vor allen Dingen, ich bin immer einer, wenn es viel zu finden gibt. Ich würde immer alles einsammeln. Oh, ich bin... Oh, ich brenne schon wieder. Verdammt, wie kann ich mich löschen? Kannst du mich ausblasen, oder so? Ich bin gleich wieder tot. Oh, Moment. Ich fange immer Feuer. Neiße Schein. Also es geht nicht, wenn ich ins Mikrofon puste. Aber du schießt trotzdem, obwohl du tot bist. Wieso schießt du da? Ich bin nicht tot, ich robbe ja zu dir. Aber ich kann nicht richtig anwissieren. Ach so, du hast das Robben. Da. Wow. Ich fach... Ah, jetzt brenne ich. Ah, 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 ah. Du, robb zu mir runter. Robb zu mir runter. Ich habe nicht so viel Lebensenergie. Robb runter, robb runter. Ich sage, wenn ich es gleich... Aber da, ah. Warte kurz. Äh, ich habe nicht mehr viel Zeit. Du kannst mich nicht mehr lange wiederbeleben. Ich drücke doch schon den Knopf. Ach, danke. Oh, verdammt. Lebst du wieder? Ja. Alles gut, alles gut. Danke. Da liegt eine Waffe. Hast du die fallen lassen? Nimm du, ich probiere... Äh, ne, klopp nicht. Okay, ich brauche unbedingt, ganz wichtig, Lebensenergie. Irgendwoher Lebensenergie. Kommt da noch wer? Easy going. Ah, wir sind nicht sicher. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, oder? Au, verdammt. Wow, 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 wow. Du musst mich wieder, wieder beleben. Wieder, wieder beleben. Das ist ein richtig sexy Wort. Wieder, wieder beleben. Wo bist denn du? Da, Robbich, wo wir hoch sind. Okay. Ja, ich brauche aber auch langsam so einen pinken Dildo. Warte, ich lasse einen. Ah, nein, jetzt habe ich alle beide genommen. Schande. Gut, also das sind hinten Kisten. Da ist bestimmt irgendwo einer. Ja, wir helfen dir gleich auf. Wir müssen uns erst mal um uns kümmern. Ah, da war schon einer dabei. Und dann schauen wir nach, was es hier drin gibt, ne? Also, gut, hier ist einmal Kohle. Ah, da oben ist ein pinker Dildo. Das ist gut. Gut, und da haben wir... War es wieder Schrot-Munition da oben? Äh, wenn wir es dann einmal... Ja, wir schauen dann nachher nach, was wir so tauschen können. Genau. Kommen wahrscheinlich auch bestimmt mal ruhigere Areale. Da wird noch so ein Dildo, wenn du es noch benötigen würdest. Warum sagen wir Dildo-Lebens-Energie-Dingens da? Achso, jetzt habe ich den... Oh, cool. Ich habe ein Waffenmodul gefunden. Oh. Was kann man da jetzt machen? Wie kalten? Weiß ich nicht. Was habe ich jetzt getan? Jetzt hast du eine neue Waffe aufgehoben, glaube ich. Da ist dieselbe. Vielleicht muss man die erst im Inventar tauschen, aber ich weiß noch nicht mal, wo das Inventar ist. Ich habe jetzt Explosions... Na? Wie hieß das jetzt? Explosions... Ja, Patronen einfach, sage ich jetzt. Da ist ja wurscht. Irgendwie so was. Die explodieren beim Aufprall. Gut. 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 Wo konntest du die wechseln? Wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie gewechselt habe überhaupt. Ich habe nur gelesen, dass sowas von Explosionen entstand und ich renne falsch. Bist du fertig mit allen? Ich glaube, wir haben hier unten alle Kisten. Ne, das definitiv bestimmt nicht. Das nicht? Ich habe Angst, dass wir ihn einsammeln und dann keine Kisten mehr einsammeln können und dass wir vielleicht Geld oder sowas liegen lassen. Also ich habe da hinten, sehe ich noch Kisten. Da ist auch noch einer. Zack. So. Da, Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt haben wir eh schon viel Kohle. Geht sich bald ein neues PS4-Spiel aus. Oh ja. Bald können wir uns die Playstation 10 kaufen. Ja. Easy going. PS 10. Läuft bei mir. Ah, da ist noch eine Kiste und ich denke, dann hätten wir es, ne? Bin ich sicher. Ich glaube, ja. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, genau. In dem anderen Raum war zwar noch Kisten, aber... Ah, hier war noch eine. Ich gucke mal hier oben nach. Weil ich könnte mir mal gut vorstellen, wir könnten das Zeug, was wir nicht brauchen, auch verkaufen. Ah, na, da von hier oben sind mir ja kommand. Blöd. Da hast du was liegen lassen. Hier hinten im Eck war noch einer. Irgendeine Munition. Ja, oder ich konnte es nicht aufnehmen, weil ich kann auch manches nicht mehr aufnehmen, weil ich schon voll bin. Ja, ähm, soll ich ihn dann... Okay, gehen wir mal zu Ihnen, oder? Okay, ich helfe mal hoch. Ah, da sind auch noch... Oder da sind auch noch Kisten. Ich helfe mal hoch, da sind auch noch Kisten. Also, ich habe hier keine Kisten mehr. Der mir ist alles entkistert. Aktivieren kann ich hier irgendwas, okay. Ich glaube, damit warten wir erstmal, bis er wieder steht. Gut, 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 gut. Ich bin jetzt auch endlich Level 2. System-Control-Status. Ich nicht spreche an deiner Sprache, mein Freund. Das ist blöd. Ich hoffe, ich kriege das dann beim nächsten Video hin. Ja, mich wundert das echt irgendwie. Hoffentlich hat das nichts mit der Download-Version zu tun. Aber ich denke mal nicht, weil das Intro war ja auch auf Deutsch. Ja, eben. Aber ich habe doch nichts umgestellt. Aktivieren, was... Hä, aktivieren steht hier. Was aktiviere ich jetzt hier? Ah, aktiviere die Abwehr. Jetzt kann ich wahrscheinlich erst. Was, 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 was? Ich drücke da einfach hier irgendwas zusammen. Hä, wie müssen wir die Abwehr hier aktivieren? Aktiviere die Abwehr. Man muss sich halten, oder wie? Nee, zum Inspizieren irgendwie steht bei mir noch. Gesperrt. Was ist denn? Ja, ich glaube, wir müssen irgendwo hin, um das zu aktivieren. Erledige die Geschütze. Oh Mist, Geschütze, schalte schon. Oh no. Oh, was sind denn Geschütze? Ach, da oben. Gut. Bad Wood, baller doch drauf. Ja, mach ich doch. Au. Hat er irgendwas fallen lassen, schönes. Kohle. Da liegt jede Menge Kohle. Gut, gut, gut. Ja, wenn wir dauernd einen Dollar aufsammeln, werden wir bald reich. Folge, folge, check, 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 check. Warum rennt denn der so schnell vor? Was denn, Jack? Der rennt hier vor. Achso, ich sollte mal öfters auf die Karte schauen. Ja, muss sein. Verdammt, da hinten war noch eine Kiste. Ich bin hinter dir. Das ist Wahnsinn. Wow, da ist Kiste, Kiste, Kiste. Jacky, du musst warten kurz. Wir müssen hier snacken. Ja. Das ist ja Wahnsinn mit dem. Ich weiß, ich werde jetzt bestimmt dafür gleich im Internet gestraft, wenn ich das sage, aber ich finde das Spiel jetzt schon lustiger wie Wolf. Also man hat auf jeden Fall mehr zu tun. Ja. Ja, man hat eine bessere Story zwischendrin. Eine Story, die mehr Sinn macht. Wow. Ach du Scheiße, was hat die für Augen? Hat hier einen hübschen Blick. Colonel T. Was, Zapedi? Oh, oh, was ist das jetzt? Ach du Kacke. Warum konnte ich nicht den auswählen? Kann ich mal lesen, was... Kann ich mal lesen, wie der heißt, ey. Ja, das... Darum stand auch ein Fragezeichen, nehme ich an, ne? Ey, warum konnte ich nicht den Typen auswählen zum Spielen? Ist das für cooler? Ja schon, vielleicht findest du noch so eine Rüstung. Sogar du redest bei mir Englisch. Ich glaube, das war es jetzt du. Oder das war ich. Oder das war ich. Das glaube ich. Das glaube ich, ich habe... Ah, du musst oben neben der Karte, da reden auch manchmal Leute mit dir. Das ist quasi der Funk. Ey, was ist das da? Du, guck uns nichts an. Irgendwie sind bei mir aber die Stimmen etwas leise. Das muss ich das nächste Mal, glaube ich, noch etwas ändern. Tja, auf Deutsch wärst du mir lieber. Ich weiß, ich jammer jetzt ein bisschen, aber mir wird wirklich auf Deutsch viel lieber. Oh yeah. Wenn du was nicht aufnehmen kannst, sag mir Bescheid. Vielleicht kannst ich es noch nehmen, ne? Damit man nichts da lassen. So. Wow. Ist doch cool, hey. Ist ein Anblick. Ja. Gut. Sieht aus wie ein Namek. Zu viel Dragon Ball gezockt, ne? Ja, irgendwie. War gut. Oh, der Check hilft aber gut. Ach, das Ding kann man abschießen. Oder auch nicht. Wow. Ne. Au. Ich krieg's nicht runter mit meiner... Au. Was tut's? Verdammt nochmal, ich brenn schon wieder. Wann höre ich denn auf zum Brennern? Ich will nicht wieder sterben. Nein. Oh. Oh, das ist echt blöd. Ich bin echt in Eimer, hey. Verdammt, ich kann vom Weiten, kann ich echt nicht viel ausrichten. Ich muss echt näher ran, immer. Okay, dann laufen wir. Laufen wir, Badwood. Oh, aber der Check haut auch ganz schön rein. Wow. Gut. Ah, ich merk gerade, da kommen jetzt schon stärkere Gegner anscheinend. Warte, ich renne hoch. Wird mal eh näher ran müssen. Kisten snaggen können wir nachher auch noch, ne? Du kannst übrigens auf R3 auch einen Nahkampf machen. Ah, gut zu wissen. Also, rechter Nippel. Rechter Nippel. Okay, Kisten durchsuchen, du ich später. Ich will Leute killen. Nur ich seh... Au. 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 Verdammt nochmal. Ich seh... Au, au, au. Ich hab die nicht vorhin gesehen. Oh, oh, ich bin gleich tot. Ich bin in deiner Nähe dann. Also, ich bin auf der anderen Seite. Das kann's doch nicht sein. Voll tot, 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 tot. Sterben, sterben. Ah, Hilfe. Da sind wir. Wow. Aber haben die noch sowas wie ne Rüstung an, oder? Aber den snag ich, den ansnag ich doch noch. Ich glaube, der ist durchgangen. Ach, ich hab ne Rüstung. So ein Feigling, so ein Feigling. Wow, neben dir. Hinter dir. Unter uns. Ah, neben uns. Batz, voll ne Rechte verpasst. Batz, hinter dir. Achtung. Ah. Warte, warum nehm ich denn die Kacknarre? Bam, bam, bam. Ja, ich brenne schon wieder. Wieso brenne ich denn schon wieder? Wie kann ich das Brennen aufhalten? Warte, 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 lass mich nachladen. Passt. Oh. So, ich brenne nicht mehr. Also, das war jetzt Hammer. Also, Hammer, das war jetzt da. Warte, Kisten. Cool, ich hab... Man kann in den Kisten übrigens Schilder finden. Gut. Ich hab ein Schild. Hast du... Hattest du vorhin kein Schild? Doch, doch. 53 Schild. Okay. Ja, hab ich auch 53. Gut, ich warte, bis ich meinen Charakter skillen kann, endlich ein bisschen. Ja, ich hoffe, das wird noch erklärt. Nicht, dass wir das schon die ganze Zeit können und kapieren es einfach noch nicht. Kiste, 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 Kiste. Jede Menge Kisten. Ich mag... Hast du unterwegs alle Kisten schon geöffnet? Kann das möglich sein? Äh, die da unten waren, hab ich schon geöffnet. War schon ziemlich fleißig, der Bad Wood. Ja, ich... Wo du gesagt hast, du willst killen, da hab ich Bock auf Kisten aufmachen. Ah, das heißt, wir können... Weiter, ne? Jop. Gut. Gut. Ah, Kiste, Kiste, Kiste. Gib mir was Schönes. Gib mir Money. Okay. Hast du auch Money drin? Ich will nochmal Money. So. So. Das Moonshot-Ding? Ja, keine Ahnung, ich lese es nicht. Was für Moonshot? Weil ich versuche, mich auf die Kiste zu konzentrieren. Und leider habe ich es nicht auf Deutsch. Und ich verstehe noch die Hälfte, also... Ich weiß nicht. Du bist ein ziemlich cool Wind, ich weiß nicht. Hab ich hier irgendwie... Ah, ich bin doch der eine, der redet, merke ich gerade, weil ich hab ja dieselbe Stimme wie er. Ich bin ja sein Klon, ist ja logisch. Ja. Gut, dann Bad Wood kann die Schnauze nicht anders passen. Ja, ist schon komisch, wenn sich immer die zwei gleichen Leute unterhalten, ne? Könnt für dich ein bisschen verwirrend wir sein. Ah, ne, ich höre da gar nicht zu. Erst in der nächsten Folge, wenn ich es schaffe, auf Deutsch zu stellen. Wow, wer ist da? Wow, 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 wer ist der Feind? Wer ist der Freund? Der Typ, der zappelt, ist ein Feind. Ah, Freund. Au, 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 au. Au, ich brenne! Verdammt nochmal, ich brenne! Ach, das ist ein Raumschiff, da ist ein Raumschiff. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Nur nicht sterben, nur nicht sterben. Ja, nächstes Level, Level 3. Gut, misst du das. Ja, Raumschiff kann ich nicht snacken mit der Knarre und es fliegt eh weg. Oder? Ja, ich... Das hört sich nicht gut an. Ist eigentlich... Ja, ist eigentlich... Ich überlege gerade, ist eigentlich unser Jack hier unverwundbar oder müssen wir den Schiff... Wow! Ach, da ist ein Geckner. Ah, komm, knall ihm ab, knall ihm ab, schnell! Nein, den wollte ich noch killen. Jacky, wieso tust du mir das an? Oh, doch, Jack hat doch Leben, seh ich gerade. Wenn man auf ihn zielt, dann sieht man seine Leben. Na? Kann ich nichts mehr aufnehmen? Dauer ja doch. Weil ich hab jetzt über dem Schild ne gelbe Anzeige, wo eins drauf steht. Ich weiß nicht, für was das gut ist. Okay. Ja, ich hab das nicht. Vielleicht krieg ich das mit Stufe 3. Vielleicht ist das ein Fertigkeitspunkt. Das könnte natürlich sein, gut gedacht. Okay, ist nichts. Was ist was? Ja, da, da. Wenn du reinkommst, links, ist so ein Gerät. Ach, ihr seid schon wieder weiter. Ich bin schon noch am Kisten einsammeln. Ach, so gab es noch Kisten. Okay, hab ich übersehen. So. Gut, wir können ja eh tauschen. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich nur das Zeug einsammel. Ne, ich sammel da oben auch ein. Ah, du sagst. Aber ich hab echt ein fettes Inventar, anscheinend. Ich kann echt viel anstecken. Oh, da sind Waffen. Wow, da ist Modifikation, den kannst du da wieder. Cool, genau eins. Ja, warte mal. Oh, jetzt hab ich die Pistole aufgesammelt. Verdammt, was? Das sind nur Pistolen. Nein, jetzt hab ich. Was hab ich denn jetzt da? Was? Oh, ich hab auch meine große Waffe weggetan. Ja, ich auch. Verdammt. Jetzt hab ich ne. Nein. Echte Noobs im Spiel hier. Kann man da nicht. Echte. Links, rechts, vor, runter, zurück. Hey, ich will ne andere Waffe. Nein, so kann ich jetzt dich anschauen. Ah, okay. Das sind die Fertigkeitspunkte. Aber das sind ja deine. Ich will ja meine sehen. Wie kann ich denn meine anschauen? Tja, das war's dann. Ja gut, dann renne ich halt. Oh, no. Burst. Check. Ah, okay. Hast du deine andere Waffe wieder? Das hab ich vielleicht. Ich schau gerade. Ah, wir haben sie einsteckt. Die ganzen Waffen, die du eingesammelt hast, hast du im Rucksack. Du musst auf das Touchpad drücken, dann kannst du deine Waffen wieder zuordnen. Ah, gut, 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 gut. Ah, das sind auch die Werte der Waffen. Das ist schon mal sehr praktisch, dass man das jetzt weiß. Persönlicher Gegenstand, Doktor Autons Logbuch. Wow, muss checken. Die hat uns einfach im Stich lassen. Die hat fünf und zwei. Ich muss irgendwie in Fahrschule laufen, denke ich. Oder kann ich einfach runterjumpen. Kommst du mit? Ja, Moment, ich hab nur meine Waffen wieder umgestellt, so. Und jumping. Nichts passiert. Cool, das ist nicht. Flame-Nugger. Ah, Flame-Nugger. Nicht-Nugger. Oh Gott, wir sind doch so empfindlich gegen Feuer. Da hast du recht, mein Freund.